hallo leute und willkommen zurück zu einer weiteren let's play folge minecraft ja was haben wir in der letzten folge gemacht da haben wir die hülle erkundet ich wollte eigentlich nur mal rein laufen bin aber raus gelaufen und wollte mal gucken wo wir uns befinden aber ich bin noch ein bisschen zu weit weg gerannt deswegen ich weiß jetzt gerade gar nicht wo der höhleneingang war wo wartet denn hier ist auf jeden fall unsere base hier waren war das ist schon mal gut wir können ja schon mal schnell unsere ersten sachen weg bringen unser erstes eisen unsere base sagt wir haben auch noch eine spitzhacke so die öfen sind fertig das ist schön zack ersten steine dann können wir mal auf zweiten steine das kann hier rein da ist nichts drin auch ein paar steine auch ein paar steine sehr schön wir können auf jeden fall so zeigt nicht darum die kohle rein da hauen wir kohle rein da hauen wir kohle waren die andere kohle behalten wir für fackeln so zeigt das kann rein die erde kann rein granit haben wir noch nicht drin das ist dass holt kann auch rein und steine so tatatatata wir müssen das erst mal kurz brennen lassen was haben wir noch in dem winter aber noch eine spitzhacke das ist okay so leute wir brauchen auf jeden fall auf jeden fall brauchen wir mehr erz bisschen erz berinnt schon das ist schon mal schön der baum ist weg das ist auch gut oben ein bisschen licht wir sagen wir geraben jetzt erstmal wieder noch mal ein stückchen rein in unserem berg wir mal ein kleines stückchen schaffen so dann werden wir das gleich nochmal machen und dann werden wir noch mal vielleicht eine weitere höhle gucken noch mal ein bisschen erzfarmen gehen aber wir haben auch 35 dann können wir so ein paar hacken können wir uns herstellen das müsste eigentlich erst mal auch reichen die ist kaputt hier haben aber noch keine so leute auch wenn kaputt ist wir können weitermachen wir haben noch genug spitzhacken glaubt wir haben sogar noch eine dabei sagt das ist weg haben wir haben wir sehr schön so haben wir mal wieder ein stückchen geschafft das machen wir auf jeden fall auch noch so eine schaufel doch schaufel haben wir auch noch bis nach oben schaffen wir es leider nicht dann müssen wir es so machen so sehr schön ja liebe leute ihr könnt mir ja mal feedback und kommentare da lassen von meinen lieben zuschauern die auch die minecraft folgen verfolgt was ihr dazu sagt was was haltet ihr von dem projekt mache ich alles richtig oder mache ich vieles falsch das wäre auf jeden fall das würde mich freuen wenn ihr es mir in die kommentare schreiben werdet weil nach euer feedback kann ich gehen so wir können ja mal hier schon mal das wird ja auch grün kann man das schon mal zu machen hier nicht ach mist sagt aber hier schon mal wieder ein bisschen terraforming getrieben haben wir schon mal auf die gleiche höhe gebracht das ist schon mal sehr schön noch erde dann auch noch ein bisschen erde können wir kurz weitermachen mama das stück bis hier schon mal fertig so sehr schön haben wir hier schon mal wieder ein bisschen platz gemacht hier können wir wenn wir hier so ein riesiges schön tor mit hinsetzen da brauchen wir hier platz machen wir hier platz kommen wir hier das wollte ich jetzt zwar nicht hier unten kommen wir ja hier setzen wir mal hier wieder hin so ich setze auch wieder hin hier wärme auf jeden fall hier werden wir zwei türme hinsetzen rechts und links die mauer ich sagen ziehen wir pflicht ab der seite hier wenn man die mauer hier lang ziehen die geht dann bis hier hin ja leute wir werden jetzt erstmal kurz mal hier schon mal ein bisschen so kann man doch wieder abbauen so wir werden hier noch mal platz machen zack 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 so erstmal bisschen die erde abschüffeln hier dann können wir auch gleich mal gucken was unser erz macht das fertig ist aber erstmal wenn wir das werkzeug komplett kaputt machen dann können wir weiter stein einschmelzen zack dann können wir erstmal vielleicht die erste mauer ziehen weil ich will nicht mich nur reingraben ich will auch immer gleich ein stückchen immer bauen ich weiß nicht ob das so sinnvoll ist oder ich weiß es nicht wie es am besten ist wie man was baut ich fange einfach mal anderen zu bauen und dann sehen wir mal wo wir weiter bauen können aber zack 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 ich mache mir ja auch noch weg hier werden wir dann schön einen großen turm hinsetzen zack 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 wie breit ist der denn der ist eins zwei drei vier dann hätte man das muss auch noch weg das muss auch noch weg so kann man auch hier das auch Mist, das müssten wir noch abbauen können So, sehr schön Liebe Leute, liebe Leute, hier haben wir jetzt schon auch ein Stückchen Gucken wir mal hier Das ist hier lang Also hier auch schon mal Platz machen So, Spitzhacke Das machen wir auch noch weg So, schön, sehr schön So, Schaufel Dann nehmen wir das noch weg, die Erde Und dann haben wir schon mal was geschafft Dann können wir mal in unsere Basis zurückkehren Also mal ein Stückchen hochgraben Spitzhacke, Spitzhacke Sehr schön So, Schaufel Ich hoffe, ist kaputt So Und Spitzhacke Zack Nennen wir das hier noch weg Und dann haben wir Schön wieder was geschafft Setzen wir mal hier ein paar Fackeln hin Dass ihr auch was seht So, das passt doch schon mal So Wir gehen mal in die Base zurück Runter in unsere Base Sehr schön Eisen ist fertig Okay Die halbieren wir mal Zack Und hier haben wir auch noch was Steine mit haben wir auch noch hier Die tun wir auch noch mal mit rein So, kalbieren Das brennt Das ist sehr schön So, Leute Jetzt können wir mal kurz gucken Was haben wir denn hier noch Erde können wir erstmal wieder da weg tun Erde Und Erde Auch nochmal Erde Das kann auch da So Was haben wir am Werkzeug Noch eine Axt Eine Schaufel Das tun wir hier hin Das können wir behalten So Zack Zack Bauen wir uns mal Zwei Drei Eins Zwei Drei Vier Und eine Fünfte Wir nehmen nochmal Auch zwei Äxtre Haben wir mal Gleich ein bisschen Was an Vorrat Da kommen Und eine Schaufel Können wir uns auch noch Erstellen So Werkzeug tun wir erstmal hier rein So Wir nehmen Wie viel Zwei Schaufeln Drei Schaufeln Nimm mal mit Die kann dahin Eine Axt Nimm mal mit Die lassen wir hier drin Die kann nach hier Und Fünf Spitzhacken Nimm mal mit Das müsste reichen Wir können einmal schlafen gehen Oh da steht auch Screenshot gemacht Dies, das, jenes So Aber wir werden als erstes Die Steinspitzhacken Zerstören Achso Jetzt habe ich ganz vergessen Ähm Das brauchen wir Zack 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 So Da haben wir schon mal ein paar Da haben wir die nächsten So Da haben wir jetzt schon mal unsere ersten Steine So Wo ist denn unser Baugrund und Tag Oh, ein graues Schaf So Hier fangen wir jetzt an An der fangen wir an So So Leute Wir legen den ersten Grundstein Wo Zack 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 Ähm Ne Schaufel Dann kann man das hier also wegmachen Oh Erste Samen Sehr schön So Zack 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 So Zack Können wir gleich machen So Wir brauchen auf jeden Fall Wir lassen Hier ist ungefähr die Mitte 1 2 3 4 Hier müssten dann 3 sein Es müssten zwar dann immer hier nochmal eine weg So Das ist dann so ein bisschen mittig So Da kann man das erstmal weitersetzen So Sehr schön So Leute Das läuft doch gut So Jetzt haben wir noch sieben Steine So Leute Haben wir jetzt schon mal den ersten Grundstein gelegt Das ist doch Das sieht doch gut aus So Dann kommt hier der Turm hin Auf jeden Fall Dann können wir das schon mal doch weiter abgraben Hier kommt dann der Turm hin So Komm her Hier Erstmal werden wir unsere Steinwerkzeug erstmal zerstören So Du auch So Und Schaufel So Leute Aber Ich muss euch sagen Wir sind am Ende dieser Folge wieder angekommen Wir haben glaube ich ein bisschen was geschafft Die erste Grundmauer haben wir gelegt Hier geht es bald weiter Und wenn ihr wissen wollt Wie es weiter geht Schaltet zu einer weiteren Let's Play Folge ein Minecraft Das würde mich echt freuen Lasst mir Feedback da Kommentare Likes Und wenn ihr es nicht Wenn es euch nicht gefällt Schreibt mal rein Warum oder was ich falsch mache Vorschläge Ich bin für alles offen Ich danke euch fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschüss Bei Birgerem LP